Hier ist der Worker's Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Musler. Los geht's. Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Worker's Cast mit der ersten Solo-Folge nach der kurzen Urlaubspause. Ich hoffe mal, du hattest einen guten Sommer, du hattest hoffentlich einen schönen Urlaub und hast Zeit gefunden, wegzufahren. Bei mir war es sehr, sehr schön. Wir haben die Flugreise über Pfingsten schon erledigt, ist ein blödes Wort für Urlaub und waren jetzt im Sommer auf dem Bauernhof, nicht weit weg, Bayerischer Wald bei uns, da sind nur zwei Stunden. War eine sehr, sehr schöne Woche. Die Jungs, also meine beiden Jungs, die hatten da richtig viel Spaß. Dummerweise haben wir ein sehr unangenehmes Mitbringsel dabei. Nicht Corona, sondern es gab einen kleinen Ketka-Unfall von meinem großen Sohn und ja, das wurde dann nicht wirklich gut behandelt im Bayerischen Wald und dann sind wir bei uns in Nürnberg nochmal in die Kinderklinik und die haben ihn gleich operiert und da behalten und der ist jetzt schon ein paar Tage im Krankenhaus. Wir hoffen mal, dass es mit einer Woche Aufenthalt abgeht, denn ja, das stürzt uns alle auf so ein bisschen Schwierigkeiten hier. Wenn du Kinder hast, dann kannst du das höchstwahrscheinlich nachvollziehen. Also die Mama ist bei ihm im Krankenhaus und der Kleine ist bei mir und den habe ich jetzt gerade mal zur Oma verfrachtet und deswegen habe ich auch Zeit hier für dich, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Also so viel zu meiner Urlaubs-Story. Ich hoffe mal, bei dir war es im Urlaub ein bisschen stressfreier. So, dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Ich habe jetzt immer mal wieder Argumentationen in Gesprächen gehört und habe das auch hier und da gelesen rund um das Thema, naja, es wird jetzt bald mit Mitarbeiter und Azubi-Gewinnung einfacher werden. Also jetzt können wir ja mal den ganzen Simsalabim da weglassen, den uns der Jörg immer sagt, weil die wirtschaftliche Situation wird ja schwieriger und ja, Energiekrise und ja, jetzt vielleicht auch wieder Corona und Diskussion um Laila, keine Ahnung, was wir alles für riesengroße Probleme haben, Winitou, egal. Also wird alles schwieriger und da werden definitiv einige Unternehmen in die Knie gehen, auch im Handwerk. Ich persönlich maße mich jetzt nicht an, diese Situation zu beurteilen. Dafür bin ich nicht tief genug drin. Ja, jetzt so rein leihenhaft würde ich sagen, ja. Höchstwahrscheinlich ist es so, dass da einige Unternehmen einfach in Schieflage geraten aufgrund dieser ganzen Schwierigkeiten und vielleicht einige davon dann logischerweise auch nicht überleben. Und dann ist natürlich die Folge, dann werden Mitarbeiter frei. Vollkommen klar. Und wenn das in großer Zahl passiert, dass Unternehmen, dass das Ganze nicht überstehen, werden auch in großer Zahl Mitarbeiter frei. Und dann können die anderen Unternehmen natürlich sagen, ja klasse, jetzt ist der Markt nicht mehr so ausgeblutet, wie er das vorher war. Und jetzt gewinnen wir ganz einfach Mitarbeiter und neue Fachkräfte. Da brauchen wir uns jetzt gar keinen Kopf mehr machen. Da brauchen wir einfach nur abwarten und dann läuft das. So, und da ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Denkfehler drin. Auch wenn es so kommt, dass wir eine relativ große Zahl an Mitarbeitern haben, die jetzt keinen Arbeitgeber mehr haben. Gerade die, gerade die werden sich ganz, ganz genau anschauen, zu welchem Arbeitgeber sie jetzt wechseln. Das ist ja nicht so, dass die dann da stehen und sie denken, oh Gott, das will ich, hoffentlich kriege ich jemals wieder eine Arbeit. Sondern wenn das gute Fachkräfte sind und die jetzt gerade diese Erfahrung gemacht haben, okay, mein Unternehmen war nicht sicher, mein Unternehmen war nicht gut aufgestellt. Dann werden die mit Sicherheit nicht zu einem Unternehmen gehen, das sagt, ja kommst du halt mal. Hauptsache du hast zwei Arme, zwei Beine und stellst keine blöden Fragen. Wir brauchen Fachkräfte. Los geht die wilde Fahrt. Aus meiner Sicht werden das die wenigsten machen. Gerade dann werden sie sich ganz genau anschauen, hey, ist das ein guter Arbeitgeber? Wie sieht das mit dem Chef aus? Ist das ein sicheres Unternehmen? Was machen die für Projekte? Und, und, und. Also aus meiner Sicht werden die noch wählerischer werden, wenn sie gerade diese Erfahrung gemacht haben, dass ihr Unternehmen zum Beispiel in die Insolvenz gerutscht ist. Also bitte verfalle nicht diesem Trugschluss, dass du jetzt sagst, ja komm, das wird sich schon von selbst regeln. Jetzt können wir einfach dieses ganze Zeug mal wieder über die Wupper kippen, das brauchen wir alles nicht mehr. Ja, Arbeitgeberqualität und Arbeitgebermarke und diesen ganzen Quatsch. Komm, lass stecken, lass gut sein. Das wird jetzt alles wieder viel einfacher. Das glaube ich definitiv nicht. Nochmal, die wirtschaftliche Situation, das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Da gibt es Leute, die sind da definitiv größere Spezialisten drin als ich. Da halte ich mich raus. Ich sage nur, wenn die Situation sich so darstellen wird, ist es nicht so, beziehungsweise wird es nicht so werden, dass die Leute dann hingehen, egal wohin. Ja, Hauptsache ich habe wieder irgendwie Arbeit. Das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Dafür ist der Bedarf an richtig guten Fachkräften viel zu groß. Also verfalle bitte nicht auf diesen Trugschluss, sondern gebe weiter Gas im Sinne deiner Arbeit. Gas geben, ja, das ist im Moment so. Hau rein, ist vielleicht eine bessere Formulierung, weil an Gas haben wir ja einen ganz großen Mangel, haben wir ja am Anfang schon gesagt. Also hau weiter rein, bleib weiter dran, deine Arbeitgeberqualität, deine Arbeitgebermarke, deine Sichtbarkeit zu stärken und dann werden deine Chancen auf frei werdende Fachkräfte umso größer sein, als wenn du sagst, naja gut, die werden dann schon irgendwie zu mir kommen oder zu mir finden. So, das war mein Appell für die erste Solo-Folge. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe ein festes Zeitfenster mit der Oma und da muss ich den Kleinen wieder übernehmen und ja, glaubt mir, da ist keine Ruhe, um Podcasts aufzunehmen. Also, ich wünsche euch was. Wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Workerscast. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, euer Jörg.